Mit Kreativität Geld verdienen. Willkommen zum Video und heute geht es mal um die Website Etsy.com. Etsy.com ist ein Website, auf der man sich erstmal als Käufer oder auch als Verkäufer registrieren kann und dann als Verkäufer damit Geld verdienen kann. Man geht hier einfach rauf, auf Einloggen und registriert sich dann hier komplett kostenlos und dann kann man auch schon seine eigenen Produkte hier hochladen und dann zum Verkauf anbieten. Was kann das Ganze sein? Das Ganze können Sachen sein, wie man hier sieht, wie gewebte Meerschweinchen bzw. gehäkelte, irgendwelche Aufkleber, irgendwelche Bilder, das heißt alles Mögliche, was ziemlich viel mit Kreativität zu tun hat, irgendwas selbstgebautes, irgendwas, ja, Dekoration, alles Mögliche, physische Produkte, ja, alles Mögliche, was man, ja, was man so erstellt, beispielsweise hier Fundstücke, kann man mal rauf gehen, all solche Sachen, irgendwas, was man noch zu Hause hat, dafür ist diese Seite optimal. Und wie man hier sehen kann, die Sachen werden auch teilweise gut verkauft, hier irgendwelche alten Sachen, die man noch stehen hat, zum Beispiel diese alte Kuh, solche Stücke, die insbesondere natürlich auch irgendwelche Sammler ansprechen, irgendwelche Körbe hier, solche Sachen kann man hier sehr, sehr gut reinstellen und verkaufen. Und wir sehen hier auch schon die ganzen Kategorien, Schmurren, Accessoires, Kleidung und Schuhe, Haus und Wohnen, Hochzeit und Party, Spielzeug und Unterhaltung, Kunst und Sammlerstücke und ich würde wirklich hier diesen Bereich hier empfehlen, weil gerade beim Thema Kunst, Sammlerstücke kann man wirklich, wirklich gute Schätze finden beziehungsweise gute Schätze verkaufen und auch recht gute Preise damit erzielen, ja. So, wie gesagt, Etsy, man kann sich einfach anmelden und seine Sachen, die man sowieso nicht mehr braucht oder Sachen, die man gerne herstellt und anbieten möchte, verkaufen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, abonniert diesen Kanal für weitere Videos, bis zum nächsten Mal, Tschüss.